Umgang mit Subjektivität anderer Vielleicht magst du denken, dass jemand anderes Dinge zu subjektiv sieht, dass er nicht objektiv genug ist, dass er zu wenig einen übergeordneten Standpunkt einnimmt. Das magst du so sehen und vielleicht hast du ja auch recht. Menschen sind meistens sehr subjektiv und selbst derjenige, der glaubt, objektiv zu sein, ist es selten. Heute würde man auch sagen, vollständige Objektivität ist kaum möglich. Man kann probieren, überparteilich zu sein oder allparteilich zu sein oder noch besser, man überlegt, was ist das übergeordnete Ziel? Es gibt nicht wirklich das objektiv Richtige in den meisten Situationen. Es ist mehr zu überlegen, vom Standpunkt unseres gemeinsamen Zieles oder vom Standpunkt unseres Anlegens oder vom Standpunkt eines übergeordneten Anliegens. Was wäre hier angemessen? Und manchmal ist sogar die subjektive Sichtweise besonders gut. Manchmal muss man nämlich auch überlegen, vom Standpunkt des einzelnen Menschen, von dieser subjektiven Einstellung, was wäre dort richtig? Manchmal ist Subjektivität sogar ein guter Ratgeber und öfters mal die Einstellung so anzupassen, dass man auf die einzelnen Anliegen einzeln naheingeht, kann eine bessere Weise sein, als zu objektiv zu sein. Und das ist alles, was da ist. Und dann soll man auch länger bei den Anliegen gestern, wenn man dann mit dem Anliegen gestern hat, was wäre dort. In der Ausstattung es ist ja ganz wichtig. Vielen Dank.